Halli hallo meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen, hier ist wieder euer Nuturka aufs Brot und ich bin nicht alleine, sondern der Kinnzipfel ist auch dabei. Hallöchen! Mir geht's gut, hört man das? Fast schon mein alter Ego, könnte man sagen. Ja, so ein bisschen, ja, scheiße, ey. So ein bisschen gruselig. Ja, das ist gruselig, ey. So, ich hab ja letzte Folge mal einen Brunnen gebastelt und... Boah, nix Spektakuläres. Wir haben so viel Sludge, wir könnten einen Sludge-Brunnen drausen. Nee, lass mal. Aber kannst du dir mal angucken, was... Ja, ich komm. Oder auch umbauen, wie du willst. Was wollte ich denn... Vielleicht kann ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich habe jetzt das eingerichtet. Du Tierquäler. Ähm, irgendwas fehlte doch noch. Ach ja, die Autodörte. Ja, die baue ich gleich oben ab. Oh ja, wie schön. Ja, ist jetzt nix weltbewegendes, aber halt so... Kann man da auch runter? Nein. 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 Hallo? Können wir ja noch nen Keller bauen. Ähm. Ja, wir müssen nur ein, ein Feld müssen wir runter gehen, weil... Ich bin der Meinung, ich hab mir ne Axt. Ach, ich hab ja hier auch ne Axt. Die Manni's Axt. Weil sie aus Malylium ist. Ach so, deswegen heißt die so. Manni's Axt, ja. Manni, 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 ist so fanny. Da sind, da ist glaube ich auch... Habe ich hier Lehm im Inventar, was mach ich denn damit jetzt? Weiß ich nicht. Äh, ne, damit dreh ich sie. Ah, die ist leer, sehr gut. Dann baue ich sie mal an. Ich hab doch die Manni's Axt. Uh, wir sind noch im Boden. Ohhhh. Ohhhh. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass, äh, gerade als wir drauf gegangen sind, just in dem Moment sind die anderen runter? Hm. Ist ja witzig. Dann sind sie jetzt ja wieder weg. Das ist natürlich schade. Hm. Ein Teufelskreis. Da kann ich sie heute nicht foppen. Foppen? Foppen. Foppen. Das Kunde ist irgendwie, was sieht dieser, dieser obere Block, dieser Ember-Block, den sieht von allen Seiten, sieht man irgendwie nur manchmal, also zumindest in meinem Texture-Pack, das sieht komisch aus. So, was wollte ich machen? Ich wollte ein, ähm, b-b-b-b-b-b- Steam Turbine herstellen, ja, zack, was brauche ich denn dafür? Plastik, ein Steam Dynamo, haben wir nicht nur ein Steam Dynamo irgendwo, den wir nicht brauchen? Das hast du schnell gemacht. Jo, wenn wir einen noch hier haben, den wir nicht brauchen, weißt du, so von der anfänglichen Energieversorgung, hier ist doch einer. Ja, den brauchen wir, ne, das ist ein Pygmatic Dynamo, okay. Ähm, ich weiß nicht, ob ich den Steam Dynamo genommen hab für, für das hier, für den Harvester. Kann sein. Äh. Ah, als, 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 äh, Rezeptbestandteil? Als, äh, ja, Aufbau, ja. Okay. Ne, ist ja nur schlimm. Weiß ich nicht. Kann sein, dass ich auch was anderes genommen hab. Ich geh gleich mal flicken, ey. Ich geh das gleich alles mal ein bisschen schön machen, wenn die Autodeute fertig ist. Ähm. Kupfer hab ich da auch schon ganz viel dahinten beim Kinsey in der Biedenkiste gesehen, warum auch immer da Kupfer drin ist. Bisschen Gag. Kinsey? Naja. Naja. Ne, war gar nicht so viel. Und 07. Ach ja. Doch da. Broken Stone. Ich muss mir einfach selber Limestone. Genau. Ja, das ist ja nochmal eine Idee. Der Penis Cup. Kann das Wasser hier auch weg. Zombie Head. Kann ich den mit dem Hammer abbauen? Nö. Über der Hand. Ja, hier ist natürlich noch Gold drin, die der Kinsey wieder nicht rausgemacht hat. Entschuldigung. Block of Copper. Hm, das nehm ich doch. Oh, ich brauch mein Golden Bag of Holding. Da musst du ein bisschen was rein. Kannst du heulen? Ja, ich brauch mein Golden Bag of Holding, damit ich da ein paar Sachen reinmachen kann. Mal ein bisschen was entfernen hier. Die Gießkanne ja raus. Ähm, Item Duck brauche ich gleich. Die Drum? Brauche ich nicht. Ähm, oh. Ist die Cola? Die kam wieder. Die Goldensäure zum Mist. Ja, sagst du einen schönen Gruß. Ja. Na gut, da sind die Eimer. Dann kann ich... Brauche ich gar nicht. Ich muss einfach nur das Wasser löschen. Zack, zack, zack. Ähm. Wasser löschen? Dein Energetic Infuser. Soll ich den unten bei meinem Energiehaushalt anschließen oder soll ich ihn lieber beim... Also der muss auf jeden Fall irgendwo angeschlossen werden. Dann mache ich ihn bei dir in den Keller. Ne, nicht da. Das ist nur für Lager. Ja. Okay, dann mache ich ihn... Wie sieht es denn mit der Energie hier aus? Keine Ahnung. Müssen wir vielleicht noch einen... Magmatic... Ja, sonst packen wir noch einen Magmatic... Dynamo dazu. Der hat jetzt 4000 DRF. Ja, einen Dynamo ganz sicher nicht. Aber ein Lava... ähm... Generator. Ja, aber wir müssen nochmal Lava... Lava generieren. Okay. Ja. Ah, ich brauche noch einen Silber. Silber haben wir doch bestimmt noch hier. Ist ja nicht das Problem. Silber, 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 Silber. Silber, Silber, Silber. Stil. Invar. Juh. Gut. Ja, aber denk dran, dass du netherrack drunter machst. Der ist dreimal schneller als ne Fackel. Ja. Habe ich einen Redstone zu wenig genommen. Das gibt's doch gar nicht. Nee, toll. Kinsey, wenn du noch einmal weinst in die Tür hängst, dann töte ich dich. Die wachsen wahrscheinlich dahin. Ja, ja, klar. Habe ich da drüber gehängt. Ich habe die da nicht hingehängt, nein. Oh, machst du jetzt alle weg? Ja, weil es immer über die Tür wächst. So, ich lasse mich schon wieder abwägen. Nervig. Das ist auch gut so. Nicht von dir, von mir selber. Ach so, okay. Das ist auch gut so. Gut, das reicht. Jetzt reicht's. So. Oh, brauche ich auch noch. Iron. Iron brauche ich auch noch. Oh, ich bin dunkel. Oh, nein. Im dunkel. Ich habe schon mal Angst. Scheiße. Und Autodörter kommt noch unten. Sieht schwer scheiße aus mit den ganzen Weins überall. Weins ist ja auch so kurze Internet Clips. Kennst du Weins? Ja. Meine Freundin sucht die. Irgendwann finde ich sie langweilig. Mhm. War es deine Freundin oder die Weins? Hahaha. Die Weins. Aha. Da muss man ja auch dabei sagen. Hahaha. Ich kann ja nicht deine Gedanken lesen. Was ist denn hier drin? Ah ja, da ist noch jede Menge Dirt drin. Habe ich noch Platz im Golden Bag of Holding, um zwischenzulagern? Ah, du Gold und Glas brauch ich noch. Ui. Oh, der wird so voll gemüllt. So. Erde weg. Zack, zack. Leaves. Ich lagere übrigens mal das Erzgedöns ebenfalls in unser Lagersystem um. Also wenn du Erze suchst, fertige Erze, also Barren, die sind jetzt auch im Lagersystem. Also den... Bzw. noch nicht, aber jetzt. Wie machst du das? Ich hole die in mein Inventar und lege die hier wieder raus. Ach so. Ich dachte, du hättest automatisiert. Nee, für das einmal zu machen, das rentiert sich ja nicht. Oh, da ist ja noch Holz drin. Oh Gott, ich hab keinen Platz mehr. Oh, wir brauchen ein neues Glas. Ja, hau rein. Boah, dann muss ich mal was mupfeln, dann verhungere ich noch hier. Oh, ich auch. Wo ist denn mein Säft da? Säft. Oh, ich hab auch ein Säft. Sag mal. Hallo. Kennst du die Krankheit, die man bekommt, wenn man zu viel Karottensaft trinkt? Eigentlich müssten unsere Charaktere schon komplett orange sein. Ich trink gerade Apfelsaufe. Äh, oder gelb. Wo ist mein Schwert? Da ist gerade ein Creeper hinter mir. Ah, 64 Sand. Das ist doch super. Los, du musst prangeln. Ähm. Oh Gott. Alles voller Rubber. Und, und, und. Weed. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist schon die zweite Kiste. Oh Gott. Also den Harvester kann ich gleich ausstellen. Ganz ehrlich. Wie sü. Rat mal was ich gefunden habe. Hm. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. 34 Stück. Wo wurde das denn jetzt noch? Hier unten. Ich habe den damals zwischengelagert. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Deswegen sage ich dir immer. Kinsey, hol dir so viel raus, wie du brauchst. Ja. Nee, bring das ja nachher zurück. Nicht. Ich habe noch gar keine Möhrchen in den Planter gepackt, glaube ich. Ich packe gleich die Möhrchen ganz woanders hin bei dir. Ist ja eklig. Ja. So, Planter, hallo. Hallo. Möhrchen. Wo sind die Möhrchen? Rein damit. So, der hat jetzt Möhrchen, Rubber Saplings, Oak Saplings. Von allem genug. Super. Und Seeds. Wunderbar. Ich brauche Pitstones. Funktionieren Servos eigentlich nur bei Ausgängen und Eingängen? Ja. Die kannst du nirgendwo anders hinsetzen. Okay. Okay. Oder doch, kannst du. Aber da kannst du, glaube ich, nicht konfigurieren, oder? Weiß ja nicht. Müsst du mal ausprobieren. Ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Ja. Also ich könnte jetzt ja sagen... Aber dann ist die Kiste irgendwo... Haben wir nur noch ein Alu? Stopp. Ach nee, da. Dann müsste ich da eine Kiste... Ich lass mich schon wieder ablenken. Du bist die ganze Zeit abgelenkt. Ich muss meine Glaubwürdigkeit bewahren. Ich mach jetzt die Autodörte. Okay. Ja. Schon. Also da kommt auch... Da würden auch Leafs ankommen, genau. Also... Ein Loch in die Wand. Bitte? Kannst doch einfach ein Loch in die Wand machen. Ja doch. Kann ich. Kann ich. So, das müsste reichen an Redstone. Dann brauche ich noch Cobblestone. Wo holen wir denn? Eins, zwei, drei. Vier Stacks sind gut. Hallo! Hä? Was denn los? Nix, nix. So... Item Ducks. Zack. Ich brauche ja noch Levers. Ganz viele wieder. Levers? Oder Levers? Levers. Levers? Don't leave me alone. Ach doch. If you don't leave me by now... Aua! What the fuck? So, da muss ich aber wieder eine Kiste mit Servo reinhängen, damit ich da... El... El Fuco! Damit... Aber auch da können... Ach ne, da können auch Möhrchen rein. Die wollen wir ja nicht da drin. Wir wollen ja nur Leafs. Raw Plastic. Haben wir nicht da irgendwo noch Raw Plastic? Doch. Ich hab da irgendwo noch Raw Plastic drin. Ich hab hier 100.000 Rubber oder so. Äh... Ne, hier sind wir auch noch. Äh... Brauchen wir nur eins. Dankeschön. So, das als Zweichstelle... Als Zweich-Stelle? Als Zweich-Stelle? Als Zweich-Stelle? Versuchst du das jetzt in einer Pipe zu benutzen? Ne. Was geht mir noch? Obwohl... Könnte ich ja mal machen. Er wird mich ja echt interessieren, ob das geht. Ich hab's nämlich noch nie probiert. Hab ich zwar auch öfters schon gefragt, aber irgendwie... Du weißt ja, wie es manchmal geht, ne? Nö, geht nicht. Ernüchternd, ne? Ja, aber man kann's doch reinsetzen da, oder? Ja, ja. Sinn und Zweck verstehe ich. Aber bringt nichts, ne? Nö. Komisch. Breitreif. Gut, ähm... Pneumatik Servo. Da nur Blätter bitte rein. Nein, Zyanid-Ingetrausch. Was da denn? Kenn ich auch nicht. Zyanid-Block. Zyanid-Dust? Wo gibst du dir den Dust her? Okay. Dann kriegst du von Dusty. Aha, okay. Das macht natürlich Sinn. Idiot. Wie er immer flüstert und denkt, er... Ich hör ihn nicht. Hihihi... Hihihi... So. Ähm... Da ist Cobblestone. Ich brauch ein paar Levers. Insgesamt acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht. Oh, ich hatte noch fünf. Ah, stimmt, ich hab hier welche abgemacht. Scheiße. Wie schön, dass Leather auch ein Redstone-Signal abgeben. Ich finde das toll. So, 1, 2, 3, 4... Ich wüsste mal gern, wie mal ein Cyanid kommt. Brauche ich gar nicht den. Dann brauche ich noch eine Kiste. Am besten eine große. Cyanid Dust. Kann ich noch erweitern. Fluid Cyanid Bucket. Gut, so. Na, shit happens. Da wollte ich gar kein Semo reinhaben. Ich höre Hühner. Explodieren werde ich bestimmt wieder. Die, 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 die. So, gut. Da, da, da. Da, da, da. Da haben wir vielleicht irgendwo sogar schon dieses Cyan-Gedöns. Ne, das Plutonium. So. Ah, ich finde das überflüssig mit dem Redstone-Signal. Warum haben die das nicht weggelassen? Bei Thermal Expansion. Hm. Für manche Sachen brauchen wir es halt. Ne. Da braucht er mal so viel Platz. Egal. Da brauchen wir noch ein paar Kisten mehr. Ne. Ne. Ich verbraucht immer so viel Platz. Ne. 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 Null-Peilung. Ziiiijadiani-Dust. Durch Big-Reactors. Oh, da könnt ich mir irgendwann riiiiischen Blumenwiese machen. Und leuchte sie nicht aus. Dann lade ich Freunde ein. Hm, ja, so funktioniert das. Das Domme ist nur... ...dass ich das hätte da hinten machen müssen. Weil jetzt die Leafs erst hier reingehen. Beziehungsweise da oben rein. Ah, Mann, ey. Muss ich jetzt noch eine extra Leafs machen. 10 Millionen Redflux. Das klingt doch interessant. Hm, ja, hm. Ich glaube, ich werde anfangen, einen Reaktor zu bauen. Das finde ich toll. Brauchst du einen Hammer momentan? Nö. Gibst du mir den mal, ich muss mir ein bisschen Limestone farmen. Ähm. Um eine Plattform zu bauen. Hier. Licht vor der Tür. Ist das die Tür? Haha. Ja. Mir doch egal. Was? Mir doch egal, ich gehe einfach durch den Zaun. Zack, zack, zack. Ich habe hier noch ein bisschen Limestone. Ich verkürze die Arbeit für dich ein bisschen, bitteschön. Okay, merci. Ach, meint da, mach das. Pumms. Das ist doch doof, ist das doch. the doof? doof ist das. vara. Bumsfall. Wie viel brauche ich denn dafür eigentlich? Das muss ich alles wieder umbauen. Ach, vier Stacks werden schon reichen. Oh man, diese Kisten sind voll, weißt du was? Ich bin nervt. Von hier oben kann man auch gut gucken, wo ich das ganz hinsetze. Das ist ne gutes Stück. Achso, wir könnten sogar ne dauerhafte Auto-Dirt-Produktion machen, weil der Vines abbaut. Und Vines kann man ja auch Dirt draus machen, meine ich. Ja? Ja, dann ständig nebenher laufen, also ich probier's grad mal. Ja, funktioniert. Also wenn wir Jungle Trees anbauen, große Jungle Trees, könnten wir ne dauerhaft laufende Dirt-Produktion haben. Okay. Oh Gott, aber ich muss alles umbauen, warum? Ach man Leute, verarsch' mich doch nicht. Ei? Ich hab doch ein volles Inventar. Das ist nicht wahr. Warum hast du schon wieder ein volles Inventar? Weil ich hier am Kisten-Umordnen bin. Musst's leer machen. Die sind auch leer, die nehm ich mal mit. Wo ist da? Ja komm, hilft nix, ey. Ich muss was machen, ich muss es wegpacken. Ah, da war noch was drin. Scheiße. Nein. Fuck. Was machst du da? Den Server überansprochen. Ich hab vergessen, dass die Kiste gar nicht leer war. So, das muss reichen. Oh man. Das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Ein bisschen was kann ich noch wegstecken. Wegstecken, geil. So, machen wir jetzt erstmal die unwichtigen Sachen, die wir jetzt nicht brauchen in unser tollen Pack. Kann ich? Ach ja klar, ist ja hier oben jetzt. Ähm. Ja, mach ruhig rein. Kappa Beach Saplings pack ich da rein. Do what you wanna do. Baunmehl, alles ins ME-System meine ich jetzt hier, ne? Mycelium. Zwei Limestone zur Sicherheit. Falls wir mal kein Limestone mehr haben. Ja genau, wird höchstwahrscheinlich sehr schnell passieren. Redstone ist auch drin. Ein bisschen Dirt. Ich pack ein bisschen Dirt da rein. Ein bisschen ist gut. Guck mal runter, gucken wie viel mittlerweile belegt ist. Oh, der Server lag. Kinsey, du musst die Scheiße da wegrollen. Ja, ich weiß. Das war auch keine Absicht, tut mir leid. Ich glaub, das reicht schon an Platz. Also die erste ist jetzt voll. Die erste ist jetzt voll? Ja, die zweite ist halb voll. Wir haben fünf. Das ist ja alles schilig. So, alles weg. Zack. Holz. Was hältst du eigentlich von einer Mobfarm, wo die Gegner runterfallen? Wie beim Mobfarm? Ne, wo hab ich auch schon oft überlegt, aber... Ich weiß halt nicht so genau... was bauen geht eigentlich, aber ich weiß halt nicht genau, was da jetzt so sinnvoll dran ist. Weißt du? Ähm... Wenn da aber... Ja, brauchen wir momentan so viele davon? Eigentlich nicht, hast du recht. Jetzt hab ich die Autohäuser. Ja, voll lauf ich nicht. Falsche Richtung. Funktioniert die so nicht. Äh, ist voll nervig. Hm. Also ich pack auch noch ein paar Leafs rein, falls wir mal ein bisschen ähm... brauchen. Zack. Und zack. Äh, nein. Tschüss. So, und dann müssen wir auch schon wieder die Abmode machen, denn... Ach auf, nee, na. El... Elfollowo ist der ähm... Vorbeio. In diesem Sinne. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und äh... Entschuldigung, dass Kinsey euch so anstößt. Ich weiß auch nicht genau, was er damit bewirken will. Oh, wir weiterspielen. Ja, wir machen ja auch noch ne Folge. Chill, Dekra. Ja. Was ist denn schon die letzte für heute? Fang dich schon wieder so an. Oh, Mann. Oh, war das. Sag den Zuschauern jetzt. Sag den, wir haben noch 8 Sekunden. Okay, äh... Auf Wiedersehen. Eingehauen.